Wir versuchen, alles, was mit Kontrolle zu tun hat, im Unternehmen so weit wie möglich abzuschaffen. Also ja, natürlich muss man auch mal ein Ziel, das man vereinbart hat, nachher messen. Aber zum Beispiel, wann jemand jetzt im Unternehmen ist und Arbeitszeiten und all solche Dinge, die werden nicht kontrolliert. Spring über Deinen Schatten – der Podcast für Menschen, die außergewöhnliche Herausforderungen meistern und große Ziele erreichen wollen. Herzlich Willkommen, mein Name ist Gaby Graubner und wir springen jetzt gemeinsam in die erfolgreiche 40. Woche dieses Jahres. Starten wir mit der Zahl der Woche. 15.390 Das sind die Überstunden, die Führungskräfte durchschnittlich bis zu ihrem 65. Lebensjahr zusätzlich arbeiten. Und das entspricht ungefähr knapp zwei Jahre. Ich habe mir zu diesen Zahlen zwei Studien angeschaut. Einmal die Trendstudie E.ON von 2016 und die Arbeitszeitmonitoring von 2019 der Gehaltsberatungsagentur Kompensationspartner. 2016 hatte die Trendstudie ergeben, dass Chefs gerne weniger arbeiten würden, aber es nicht können. Denn damals betrug ihre durchschnittliche Arbeitszeit 55 Stunden pro Woche. Als Ideal hätten die Chefs gerne 43 Wochen angesehen, das heißt 12 Stunden weniger. Und heute machen 83% der Führungskräfte Überstunden und kommen dabei auf 7,8 Stunden wöchentlich. Das heißt, das hat sich im Durchschnitt schon um vier Stunden verbessert. Also wir gehen offensichtlich in die richtige Richtung. Warum wäre es ganz wichtig, dass Führungskräfte weniger arbeiten? Mal von ihrer Gesundheit und ihrem Privatleben abgesehen, würden Führungskräfte auch sehr gern ihre Arbeitszeit mehr für die Strategie nutzen. Doch statt der Strategie arbeiten sie mehr in der Firma als an der Firma. An der Firma arbeiten würde heißen, in der Mitarbeiterführung einiges zu bewegen, Missionen umzusetzen und vielleicht auch für die Budgetplanung etwas mehr Zeit zu haben. Diese Zahl der Woche habe ich euch mitgebracht, weil sie auf das einzahlt, was diese Woche der Tipp der Woche ist. Ihr hörtet ihn gleich im Nachgang. Und nun zum Tipp der Woche. Der Tipp der Woche basiert diese Woche auf einem Vortrag, den ich letzte Woche in Graz gehalten habe. Dabei ging es um Veränderungen am Arbeitsplatz und wie Führungskräfte ihre Mitarbeiter dazu motivieren können, diese Veränderungen mitzumachen und zu unterstützen. Als Unternehmerin, ich habe viele Jahre an Unternehmen bis zu 30 Mitarbeitern geleitet, ist mir folgendes oft aufgefallen. Immer dann, wenn ich Veränderungen angekündigt habe, an welchem Wochentag habe ich das meistens gemacht, da fiel mir schon der erste Punkt auf, die meisten Menschen, auch im Vortrag, haben gedacht, ich habe das immer freitags gemacht. Tatsächlich war es aber montags. Weshalb montags? Jetzt kommen wir auf unsere Zahl der Woche zurück. Ganz einfach, weil unter der Woche habe ich meistens in der Firma gearbeitet. Und dann blieb dann Zeit, an der Firma zu arbeiten. Am Wochenende. Ergo habe ich montags diese Informationen, die Veränderungen präsentiert. Ganz nebenbei habe ich im Laufe der Jahre auch gelernt, dass es keinen Sinn macht, Mitarbeiter mit einer Veränderung, die jetzt neu eingeführt werden soll, am Freitag nach Hause zu schicken. Denn dann bleiben sie das ganze Wochenende über alleine mit ihren Fragen und fehlenden Antworten. Diese Fragen werden dann meistens mit Menschen in ihrem Umfeld diskutiert. Und dabei kommt dann das oft heraus, was ich manchmal so auch gedacht habe, wie das bei meinen Mitarbeitern ankam. Wenn ich manchmal die Gesichter meiner Mitarbeiter gesehen habe, übrigens stark im Vergleich heute auch mit den Gesichtern meiner Teilnehmer in Führungskräftetrainings, man hatte oft den Eindruck, der Chef macht das doch nur, weil er uns ärgern will. In dem Fall war ich dann die Chefin. Nur damit hatte meine Veränderungen nichts zu tun. Und warum habe ich Veränderungen angekündigt? Warum habe ich Veränderungen mir ersonnen? Es hatte meistens etwas damit zu tun, dass wir unseren Platz am Markt behaupten mussten. Es hatte etwas damit zu tun, dass wir den Umsatz und den Gewinn sichern mussten. Und es hatte oft auch etwas mit Arbeitsplatzsicherung zu tun. So, was ist jetzt das Problem bei Menschen, wenn es um Veränderungen geht? Zum einen ist ein großes Problem, dass sobald wir etwas von einer Veränderung hören, die wir selber durchführen sollen, dass sich der Schalter im Kopf umlegt. Ich finde, wir haben dort einen Schalter und der geht dann immer in die eine Richtung, sagen wir einfach mal nach rechts. Und in zehn Minuten fällt uns ein, 20 Gründe, weshalb etwas nicht geht. Da sind wir unglaublich geübt drin. Gleichzeitig sagen viele Menschen auch, warum soll ich das jetzt machen? Ich bin dazu zu alt, zu groß, zu klein, zu unflexibel vielleicht. Also, es ist ein persönlicher Hemmnis drin, raus aus seiner eingefahrenen Schiene zu bekommen. Das Zweite ist, Veränderungen hat oft etwas mit Angst zu tun. Es ist nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin. Ich muss gebohnte Pfade verlassen. Ich muss mich vielleicht mehr anstrengen. Es könnte ja sein, dass es nicht funktioniert. Davor fürchten wir uns sehr. Aber noch viel mehr fürchten wir uns davor, dass es funktioniert. Denn das würde bedeuten, wir müssen uns praktisch jetzt für den Rest unseres Lebens verändern. Eine Gewohnheit für immer verlassen. Und diese Angst erzeugt dann auch Opfer-Stories. Gründe, warum es nicht geht. Wie gesagt, Schalter nach rechts, 20 Gründe, warum das so sein könnte. Tja, und wie ist es mir manchmal damit gegangen? Ja, gelegentlich hatte ich das Bedürfnis, dass ich mal den einen oder anderen Mitarbeiter an der Schulter nehme, in Schüttle, gelegentlich fällt mir das übrigens auch bei Trainingsteilnehmern ein, aber natürlich mache ich das nicht. Denn weder schütteln noch drohen würde in irgendeiner Form helfen. Das habe ich in den knapp 20 Jahren meiner Selbstständigkeit gelernt. Und was hilft? Zum Beispiel Verständnis zeigen. Und deswegen habe ich euch drei Tipps mitgebracht, wie ihr oder eure Kollegen oder eure Mitarbeiter besser mit Veränderungen umgehen könnt. Die erste ganz, ganz wichtige Sache ist, egal ob die Veränderung in einer Familie stattfindet, im Kollegenkreis stattfindet oder bei ihren Mitarbeitern, wenn du Führungskraft bist. Also, das erste ist, holt eure Mitarbeiter ins Boot. Und zwar durch ehrliche Transparenz. In einer Zeit, wo Wirtschaftsposte ihre Hand heben und sagen, ich gebe ihnen mein Ehrenwort, um danach festzustellen, dass es doch wieder nicht gestimmt hat, von Politikern wollen wir mal gar nicht reden. In so einer Zeit ist die ehrliche Transparenz, also nicht die reine Mundpropaganda, sondern echte Offenheit, wirkliche Ehrlichkeit, ein unglaublich wichtiger Punkt, um Menschen, die mit mir die Veränderung gehen sollen, egal ob in der Familie oder im Mitarbeiterkreis. Die Menschen kommen nur dann ins Boot, wenn sie das Gefühl haben, sie werden auch ehrlich informiert. Und dabei haben wir eine gewisse Geradwanderung zum meisten, nämlich die Geradwanderung, dass wir auf der einen Seite der Held unserer Mitarbeiter, unserer Familie sind. Ja, ihr habt richtig gehört. Auch wenn unsere Mitarbeiter und wahrscheinlich auch unsere Familienmitglieder uns das oft nicht sagen, wir sind deren Helden. Warum sind wir ihre Helden? Weil sie am Ende des Tages, egal wie viel sie schimpfen über das, was so Tag für Tag passiert, doch die Hoffnung und das Vertrauen in uns legen, dass wir die Dinge so regeln, damit es ihnen am Ende des Tages gut geht, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist, dass ihre Gehälter regelmäßig kommen, dass wir mit der Firma wachsen und nach vorne gehen und nicht irgendwie zurückfallen. Also, wenn ich also der Held meiner Mitarbeiter bin oder vielleicht auch meiner Familienmitglieder und gleichzeitig aber auch mit Problemen zu kämpfen habe, die meinen Heldenstatus verändern würden, zum Beispiel die Bank dreht uns den Hahn zu, wenn wir nicht bald eine andere Lösung finden, ist es natürlich nicht ziemlich wichtig, dass wir zwischen dem Held sein und dem, dass es beängstigende Probleme gibt, warum wir Veränderungen eingeben, dass wir da eine Gratwanderung machen, ohne dabei zu lügen. Und das ist nicht immer so einfach und das ist ganz sicherlich eine sehr große Herausforderung. Also, erster Punkt, ganz wichtig, ehrliche Transparenz, um die Menschen mit ins Boot zu holen. Zweiter Impuls, den ich euch mitgebracht habe, ist Konsequenz vorleben. Das heißt, alles, was du sagst, das sich verändert und was wir jetzt tun müssen, das ist ziemlich wichtig, dass du deutlich vorlebst und deutlich, ja, das Vorbild bist, der Vorreiter bist, der Sache vorgehst. Ich kann das gerne mal an einem Beispiel erzählen, das wir in unserer Firmen hatten. Und zwar ging es darum, um Kommunikation im Unternehmen. Bei mir im Unternehmen gab es die Kommunikation mal über sogenannte Messenger-Programme, also Chat-Programme oder man hat sich über E-Mails ausgetauscht oder an der Kaffeemaschine. Ganz beliebt war die Raucherecke, die Raucher wussten immer schon viel früher Bescheid als alle anderen, egal ob es um Tatsachen oder Gerüchte hielt. Oder die Wanderung von Tisch zu Tisch, das war mir immer ein bisschen ein Dorn im Auge, weil in meinem Unternehmen durchaus Zeit, auch Geld war und ein gewisses Quantum pro Stunde geschafft werden musste. So, wie könnte man das ändern, dieses Programm? Also mir ging es bei der Änderung vor allen Dingen darum, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Mir ging es aber auch darum, dass alle die gleichen Informationen erhalten und dass nicht so viele Gerüchte und Unsicherheiten im Team streuen. Ich habe also ein Kommunikationsprogramm eingesetzt. Das könnte zum Beispiel Slack sein oder Facebook Workplace oder Microsoft Teams. Es scheint zur Zeit sehr, sehr beliebt zu sein. Also es gibt verschiedene Kommunikationsprogramme. Das sind nur drei Beispiele. Und jetzt ist natürlich wichtig, angenommen wir wählen Slack, dass ich natürlich meine Kommunikation jetzt konsequent auch ausschließlich über Slack mache. Und dass ich da ein Vorbild bin und dass keine Ausnahmen gelten, die nicht vorher angekündigt oder erläutert wurden. Es kann durchaus sein, dass man bei einer gewissen Änderung einen gewissen Ausnahmen hat. Das sollte aber im Vorfeld allen bekannt gemacht werden und auch, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Transparenz, der Grund, damit nicht das Gefühl entsteht, warum es dem besser geht als dem anderen. Ja, und die Konsequenz daraus, das Konsequenzleben heißt auch, eine kurze Leine zu haben. Was bedeutet das? Wenn ich also jetzt eine Mitarbeiterin beim Durchlaufen der Büros gesehen habe, wie sie eine Nachricht an jemand anders wieder im beliebten Chatprogramm schrieb oder per E-Mail losgeschickt hat, dann habe ich diese Mitarbeiterin darauf aufmerksam gemacht. Und zwar sofort und auf der Stelle, indem ich einfach gesagt habe, zum Beispiel, Angelika, denken Sie noch dran, wir wollten Slack benutzen. Immer konsequent, das kann man sehr freundlich machen. Und da hüllt steter Tropfen tatsächlich den Stein oder den Widerwillen. Das Zweite, was dabei sehr wichtig ist bei der Konsequenz Leben, ist das Controlling. Controlling bedeutet für mich nicht nur Kontrolle, sondern es bedeutet für mich vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass es funktioniert, dass ich auch lobe, dass ich deutlich immer wieder bemerke, dass es passiert ist, diese Veränderung gelebt wird. Deutliche Sprache bedeutet zum Beispiel zu sagen, Herr Mayer-Müller-Huber, was brauchen Sie noch, um Slack genauso einzusetzen, wie Ihre Kollegen das jetzt auch tun. Dann kommen wir zum dritten Impuls, wie es leichter ist, dass wir unsere Familienmitglieder oder unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter führen in der Veränderung. Und das Dritte ist Messbarkeit der Ergebnisse. Wenn sich Menschen anstrengen und etwas verändert, egal ob das jetzt jemand ist aus ihrer Familie, zum Beispiel ihre Kinder, die jetzt mehr Ordnung halten oder vielleicht etwas regelmäßiger lernen oder was auch immer, oder ob es die Kollegen sind, die jetzt nicht mehr wie wild durch die Firma laufen, um sich gegenseitig auszutauschen, sondern ein Kommunikationsprogramm nutzen, oder ob man ein neues System anlernen muss, wo man vielleicht sogar ein paar Überstunden gemacht hat. Menschen haben ein Recht auf Messbarkeit. Das heißt, dass sie feststellen, was ist das Ergebnis ihrer Anstrengung. Also findet ein Kriterium, mit dem euer Umfeld, eure Mitarbeiter, eure Familienmitglieder, die sich verändert haben, deutlich messen können, dass diese Veränderung auch etwas gebracht hat. Hier ist es auch ganz wichtig, wir können wahrscheinlich nicht unsere tiefsten Geheimnisse in der Führung einer Abteilung oder eines Unternehmens offenbaren, aber es sollte so viel deutlich gesehen werden, dass die Menschen, die sich verändert haben, auch die Belohnung sind. Weil dann wird nämlich das passieren, was Wissenschaftler auch festgestellt haben. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn der Schalter nach rechts geht, sind 10 Minuten 20 Gründe, warum es nicht geht. Mittlerweile hat man natürlich auch festgestellt, dass wenn der Schalter nach links gehen würde, und damit ist noch nicht mal gemeint, 10 Gründe, warum es definitiv funktioniert, sondern es würde schon der Zwischenschritt reichen, und der Zwischenschritt lautet, wieso könnte es funktionieren? Also ganz bewusst im Konjunktiv den Schalter nach links schalten, wieso könnte es funktionieren? Und dann findet man in 10 Minuten 20 Gründe, wie und wieso es funktionieren könnte. Also wie und wieso es funktionieren könnte. Ja, und zum allerletzten Schluss noch einen goldenen Impuls, den ich euch mitgebracht habe. Wenn ich manchmal montagsmorgen sozusagen dann in der Firma stand und eine Veränderung angekündigt habe, weil ich glaubte, dass das uns zu unserer Verbesserung beiträgt, habe ich mich manchmal geirrt. Ja, definitiv. Gab es Mitarbeiter, die mir von Anfang an gesagt haben, dass das so nicht funktioniert? Gab es auch, klar. Und was stellt man jetzt fest, wenn man nach zwei, drei Wochen oder je nachdem, wie lange man braucht, um diese Erkenntnis auch gewinnen zu können, die aus der Veränderung erfolgt, wenn ich also jetzt festgestellt habe, hm, ich habe mich geirrt, das hat nicht funktioniert, das geht so nicht, was kann ich jetzt tun? Ja, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Man stellt sich vor den Mitarbeiter oder auch mal vor die Familienmitglieder und sagt, es tut mir leid, ich habe mich geirrt. Und ja, ihr hattet recht. Also man steht offen zu seinem Irrtum und ich entschuldige mich auch dafür. Und zum Beispiel so einen Satz zu sagen wie, danke, dass ihr das mit mir getragen habt, dass ihr euch angestrengt habt und entschuldigt bitte, dass ihr dadurch sehr viel mehr Einsatz hattet, sehr viel mehr Arbeit hattet. Und ich habe mich geirrt. Ihr hattet vollkommen recht. Und was ich dabei ganz interessant fand, war, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich das gemacht habe, dass dann dieses, jetzt habe ich ja gleich gesagt, warum machen wir das eigentlich alles, gar nicht mehr der Fall war. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Raucherecke war. Ich war nicht der Raucherein, aber ich bin davon ausgegangen, da ist es auch nicht so gewesen. Sondern ich habe jetzt etwas ganz anderes erlebt. An sich sind die Mitarbeiter dann eher zu mir gekommen und haben mich getröstet und gemeint, wir finden schon noch einen Weg, wie wir das so hinkriegen, dass es auch funktioniert. Eine Richtung zu verändern und Menschen dazu zu motivieren, dass sie das tun, dass sie 100 Prozent dabei sind, geht nur dann, wenn das ganze Team im Boot sitzt. Wenn alle, ob in der Familie oder in deiner Peergroup, in der Gruppe, mit denen du gemeinsam etwas tust, oder vor allen Dingen auch mit deinen Mitarbeitern, hol sie alle ins Boot und wende die drei Impulse an. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Erfolg. Wenn du Fragen hast, ich stehe dir immer gerne zur Verfügung. Und jetzt kommt der Schattenspringer der Woche. Ja, herzlich willkommen, lieber Stefan Heinrich. Du bist mein Schattenspringer der Woche und es freut mich besonders, weil wir beide uns sehr gut kennen. Schon viele, viele Jahre, wir waren schon öfters gemeinsam in Amerika und ich habe so den Eindruck, dass du ein Mensch bist, der ausgesprochen ehrgeizig nach vorne läuft, seine Dinge umsetzt und da richtig viel Energie dahinter setzt, um damit die Dinge so laufen, wie du dir das vorstellst. Du bist Unternehmer, wurdest mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel im Internationalen Deutschen Trainingspreis und bist im Club 55 einem sehr ehrenwerten Club, der in Deutschland, Österreich und der Schweiz sehr bekannt ist, ein Expertenmitglied und hast außerdem auch eine Auszeichnung der Amerikaner, nämlich der National Speakers Association und da wurdest du 2013 mit dem CSP, das ist der Certified Speaking Professional, ausgezeichnet und das Schöne daran ist, das ist nichts, was man sich kaufen kann, sondern da muss man wirklich sehr deutlich und das Ganze über den großen Teil hinaus beweisen, dass man ein erfolgreicher Redner ist und dass man wirklich was bewegt hat. Ja, ich freue mich, dass du da bist und ich bin schon ganz neugierig auf deine Antworten zu meinen Fragen. Ja, vielen Dank, liebe Gabi. Das hört sich ja alles ziemlich eindrucksvoll an, wenn du das so über mich erzählst. Und ich habe aber bisher nichts gefunden, was nicht stimmt. Also insofern vielen Dank. Okay, Dankeschön. Ja, ich finde selten was, sondern mir geht es eigentlich mehr darum, dich als das darzustellen, was du bist, nämlich ein erfolgreicher Mensch, der als Vorbild für andere Menschen ja dienen kann, Mut zu machen, Dinge anzupacken. Und damit sind wir auch gleich sozusagen bei der ersten Frage. Was ist denn Erfolg für dich? Erfolg bedeutet, wenn das gelingt, was man sich vornimmt. Das kann ja ganz was Unterschiedliches sein. Das muss ja nicht unbedingt immer der erste Platz sein. Manchen reicht es auch, wenn sie Fußball in der Kreisliga spielen, ohne sich die Knochen zu brechen, dann ist das auch Erfolg. Und für andere muss es halt unbedingt der Gewinn der Champions League sein, um sich erfolgreich zu fühlen, weil sie sich das halt vorgenommen haben. Und insofern wäre für mich die Definition von Erfolg das Gelingen von dem, was du dir vornimmst. Und das dürfen auch die kleineren Sachen sein, wie du gerade so schön gesagt hast, woraus auch immer die Frage besteht, wer definiert denn klein oder groß? Ja, genau. Also ich meine, sicherlich wäre es für jemand, der keine Beine hat, ein Riesenziel, Ballett zu tanzen. Für uns wäre das vielleicht ein kleineres Ziel, aber es sind Dinge, die man sich vornimmt. Und das beinhaltet natürlich auch, dass man sich was vornimmt. Ich kenne viele Menschen, die nehmen sich nichts vor und haben keine definierten Ziele, weil sie sich so ein bisschen davor scheuen, vielleicht irgendwann eingestehen zu müssen, dass sie das Ziel nicht erreicht haben. Und das ist vielleicht dann Misserfolg und niemand will Misserfolg. Und das ist so die Problematik, die da drin steckt. Wenn man keine Ziele hat, kann man nichts erreichen, beziehungsweise Zufall, wenn man etwas erreicht, ohne sich das vorgenommen zu haben. Und gleichzeitig ist da aber auch ein bisschen die Angst drin, naja, wenn ich mir jetzt was vornehme, was ich nicht schaffe, dann bin ich ja nicht erfolgreich. Genau dieser Spagat ist halt das Spannende. Jetzt gibt es natürlich so einen Spruch, ich kriege ihn nicht so ganz zusammen, aber so ungefähr, so nach dem Motto, wenn du dir Ziele vornimmst, lache dich das Schicksal aus und mache die Dinge so, wie ich das Schicksal es will, so dass manche Menschen sagen, das Schicksal wird für mich bereithalten, was es zu bieten hat und was für mich getan ist. Also es ist alles sehr spirituell. Manche würden vielleicht sogar sagen, esoterischer Ansatz. Wie siehst du das? Also ich denke schon, dass da Dinge passieren, die man nicht wollte. Und wie ja auch Steve Jobs mal in seiner berühmten Rede gesagt hat, das Leben erschließt sich einem erst im Rückblick. Man weiß und versteht erst hinterher, warum Dinge, die passiert sind, wichtig waren für das, was man heute als essentiell empfindet. Aber ich glaube nicht daran, dass man sagen sollte, ja, ich nehme mir mal gar nichts vor, dann wird schon was passieren. Das ist, glaube ich, Quatsch. Also ich werde niemals auf einen Berg steigen, wenn ich mir nicht vornehme, auf einen Berg zu steigen und dann, zweiter Punkt, auch anfange, da hoch zu gehen. Wenn sich dann Dinge ändern und dieses Ziel jetzt heute so nicht erreichbar ist, dann kann ich mir immer noch mal die Frage stellen, ist es dir wirklich so wichtig, auf diesen einen Berg zu steigen? Und dann werden manche vielleicht umkehren und sagen, nee, heute ist es mir wichtiger, im Warmen zu sitzen. Oder schlichtweg zu überleben, kann ja auch sein. Oder zu überleben oder, ja, oder zu sagen, nee, das mache ich jetzt, das ist mir doch nicht so wichtig. Und da gibt es natürlich in jeder Biografie solche Erlebnisse, wo man merkt, ich dachte mal, dass ich das sein oder werden will und dann merke ich unterwegs, meine Sichtweise verschiebt sich und ich will es gar nicht mehr. Aber dennoch, wenn ich es mir nicht ursprünglich vorgenommen hätte, wäre ich vielleicht nie auf die Reise gegangen, hätte dann nicht andere Dinge erkannt oder kennengelernt, die mir heute wichtiger sind als mein ursprüngliches Ziel. Also insofern, ganz klar, ohne sich etwas vorzunehmen und damit anzufangen, glaube ich nicht, dass Erfolg möglich ist. Und es kann natürlich passieren, dass man die Richtung ändert und dann vielleicht doch auf einen anderen Gipfel steigt oder vielleicht gar nicht auf einen Gipfel steigt, sondern am Gebirgsbach sitzen bleibt und das Leben genießt. Aber ohne aufzubrechen und loszugehen, wird man das nicht finden. Findet man auch den Gebirgsbach nicht. Genau. Gibt es denn Menschen, die dich mit ihren Lebensgeschichten beeindruckt haben, vielleicht sogar geprägt haben? Ja, ganz viele. Also hunderte. Hunderte. Ich lese ganz gerne Biografien und versuche mir da Dinge rauszupicken und zu erkennen, wie Menschen aus einer ganz anderen Perspektive auf Dinge draufschauen. Und da will ich jetzt gar nicht eine Sache rauspicken, obwohl vielleicht das eine oder andere Beispiel ganz passend wäre. Also zum Beispiel habe ich gerade eben Becoming gehört, die Biografie von Michelle Obama. Ich finde hochinteressant, finde, aus verschiedenen Gründen, weil sie ja wirklich von ganz unten kam und auch noch aufgrund ihrer Hautfarbe eher benachteiligt war in ihrem Geburtsort Chicago. Und die auch davon berichtet, wie sie sozusagen verschiedene Zielkorrekturen in ihrem Leben vorgenommen hat. Ich meine, die hat zwei Ivy League Studien hingelegt und war ein Spitzenanwalt. Also das, was wir aus diversen Fernsehserien kennen und hat dann festgestellt, dass sie das langweilt, über Wettbewerbsrecht nachzudenken. Und hat einen Job angenommen, bei dem sie gerade mal die Hälfte verdient hat, was ja aber wichtiger war, weil sie da sozusagen Stadtpolitik, also regionale Politik mit beeinflussen konnte. Also über Michelle Obama könnten wir beide gleich nochmal einen ganz neuen Podcast machen. Das Buch habe ich auch gelesen und es hat mich unglaublich beeindruckt. Aber ich habe es, glaube ich, in einem Podcast schon mal gesagt, aber wir geben das nochmal eine Hausaufgabe auf, eine Quizfrage. Wer zahlt das Toilettenpapier im Weißen Haus? Wer das messen möchte, sollte das Buch lesen und kann dabei noch eine Menge anderer guter Informationen mitnehmen. Das fand ich nämlich sehr, ein ganz lustiger Aspekt dieses Buches. Wenn du sagst, dass man natürlich schon, um Erfolg auszudrücken und eben auch diese Menschen, von denen du gelesen hast, in ihren Biografien, die ja auch viel erreicht haben, hast du denn eine Bucketlist und wenn ja, steht da noch etwas drauf, über das du sprechen möchtest, wo du sagst, das heißt, das ist noch ein großes Ziel von dir, privater, sportlicher, wirtschaftlicher oder sonstiger Natur, ist ja ganz, ganz unwichtig, auf was das Ziel beruht, also was der Hintergrund ist, sondern nur, hast du eine Liste und gibt es da noch etwas, was du erzählen möchtest? Ja, es gibt, also in Sachen Reisen gibt es noch eine Sache, die mich sehr interessiert. Ich bin ein begeisterter Fotograf und ich würde mir gerne mal Afrika anschauen. Viele berichten davon, dass es da ganz andere Lichtverhältnisse gibt und das würde ich mir gerne mal live anschauen und gerne ein paar Fotos machen. Das ist so eine Sache, die mich interessiert. Ansonsten so kleinere Geschichten, also was mich mal interessieren würde, wäre mal so eine Art Urlaub auf dem Wasser, also mit einem Hausboot. Was mich auch interessieren würde, wäre mal wirklich mit einem Karawan durch die Gegend zu fahren. Weiß nicht wo, vielleicht in Europa, vielleicht in den USA oder sonst wo. Das sind so Sachen, die stehen da drauf, die ich irgendwann mal umsetzen werde. Beruflich gibt es auch noch eine Bucketlist. Ich würde gern noch ein Unternehmen gründen, da bin ich gerade mitten dabei, das auf die Reihe zu kriegen, zusammen mit einem Partner. Das wird ein ganz neues Unterfangen auf eine völlig andere Art und Weise, als ich bisher Unternehmen gegründet habe, mit einer relativ großen Idee dahinter. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ich drücke fest die Daumen. Das zeigt aber schon, dass du sehr oft über deinen Schatten springst, dass du neue Dinge anpackst, dass du Herausforderungen suchst und dann auch losmarschierst. Was würdest du denn rückblickend, wie du so schön gesagt hast, das sehen wir sehr oft aus einem anderen Blickwinkel, aber wenn du rückblickend guckst, was war denn aus deiner Sicht dein größter Schattensprung? Ja, mich selbstständig zu machen, aus einer extrem gut bezahlten Funktion als Geschäftsführer eines amerikanischen Softwareunternehmens, verantwortlich für Deutschland, Österreich, Schweiz, also sogenannter Country Manager, dann da hinzuschmeißen und zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf dieses Affentheater und ich besinne mich jetzt auf meine Fähigkeiten und ich gehe nicht in den nächsten Job, wo sozusagen nach dem Motto und ewig grüßt das Murmeltier im Prinzip die gleichen Affen auf dich warten wie vorher, sondern ich mache was völlig Neues, gehe ins Risiko, verändere komplett meine Einkommensstruktur und mache einfach mal was ganz Neues mit natürlich der Gefahr, völlig zu scheitern. Das gehört dazu. Aber da passt vielleicht eine sehr gute Frage, die ich mir von Gabor Steingart ausgeliehen habe. Er fragt manchmal seine Interviewpartner, was macht dich zuversichtlich? Was macht dich zuversichtlich? Also das zuversichtlich macht mich ganz konkret gesagt die Erkenntnis, dass ich es bisher immer hingekriegt habe irgendwie. Also ich denke, das werden die meisten Unternehmer so an sich kennen, diese Zuversicht, wenn es wirklich komplett in die Hose geht, den ganzen, sich selber sozusagen am eigenen Schopf aus dem Schlamm wieder rauszuziehen. Also dann, wenn es wirklich an allen Ecken klingelt und der Alarm durch die Gänge schreit, dass man dann eine Lösung findet, um doch wieder weiterzumachen. Ist das mehr ein Vertrauen in dich selber oder ist das auch ein Vertrauen ins Universum oder beides? Das ist beides. Also, wenn man eine gewisse Lebenserfahrung hat und ich meine das jetzt rein quantitativ, also wenn man einfach schon einiges, einige Jahre erlebt hat, dann hat man den jungen Leuten gegenüber den Vorteil, dass man schon öfter mal gesehen hat, wenn ein Fenster zugeht und man denkt, oh Gott, jetzt bin ich fällig, dann geht das nächste Fenster auf. Und das ist einfach eine Erfahrung, da würde ich jetzt gar nicht, manche machen da was Spirituelles draus, ich würde sagen, das ist einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung, was manche ja auch wieder spirituell sehen, aber ich würde sagen, das passiert einfach. Wenn die Summe aller Dinge gleicht sich irgendwie aus und wenn dir viel bis zu stößt, dann stößt dir auch irgendwann was Besseres zu. Das ist zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe über die vielen Jahre. Ich habe mich gerade mit Marianne Williamson sehr ausgiebig beschäftigt und sie hat eine sehr interessante Definition von Wunder. Ein Wunder ist, eine andere Perspektive einzunehmen. Und das finde ich ein wunderschöner Blick und das ist das, was du ja mit deinen Worten auch ausdrückst. Dieses andere Fenster oder die andere Tür, die aufgeht, ist ja einfach eine andere Perspektive auf die Sache. Plötzlich sehe ich etwas, was ich vielleicht vorher nicht gesehen habe. Vielleicht war die Tür oder das Fenster ja schon lange da, aber da du mit dem anderen noch so beschäftigt warst, hast du es gar nicht gesehen. Und das gibt das wieder, was auch du sagst. Wenn du so sagst, dass du viele Türen schon schließen hast, sehen, aber auch wieder aufgehen hast, sehen, für was bist du denn in deinem Leben am meisten dankbar? Also das klingt jetzt so allgemeinplatzmäßig, aber ich bin dankbar, dass ich einigermaßen gesund bin und keinerlei Einschränkungen habe in der Bewegung und im Denken. Das ist mir nämlich besonders wichtig, diese beiden Dinge, dass ich mich bewegen kann und dass ich denken kann. Und das erfüllt mir die Dankbarkeit, weil ich dann auf der Basis dieser Fähigkeiten im Prinzip alles irgendwie anpacken kann. Ich kann wohin gehen, ich kann wohin fahren, ich kann wohin mit dem Fahrrad fahren, ich kann über Dinge nachdenken, ich kann Dinge lesen, ich kann was lernen und das ist schon mal eine Ausgangssituation, die wirklich fantastisch ist. Verpflichtet es dich innerlich ein bisschen, die Wälder ein Stückchen besser zu machen, aus Dankbarkeit heraus, dass du das alles kannst, weil das ja nicht selbstverständlich ist? Ja, also das ist ja so eine der berühmten Übungen, unter anderem von Stephen Covey, sich mal zu überlegen, was soll denn auf deinem Grabstein stehen oder was sollen andere für dich oder über dich sagen aus verschiedenen Perspektiven, wenn sie am offenen, an deinem eigenen offenen Grab sozusagen eine Rede halten und die Übung habe ich natürlich schon ein paar Mal gemacht und für mich ist wichtig, jetzt mal auf das Berufliche bezogen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, das Leben von Menschen und ich bin ja sehr fokussiert auf Vertrieb und Führungskräfte im Vertrieb, das Leben, berufliche Leben von diesen Menschen deutlich einfacher und fröhlicher gemacht zu haben und das ist sicherlich meine Profession und damit verdiene ich zu Recht mein Geld, weil da bin ich darauf konzentriert, also ich bin nicht jemand, der sagt, ich mache Verkaufstraining, sondern mein Ziel ist es, ich will, dass Menschen, die im Vertrieb arbeiten, insbesondere in den Branchen, auf die ich spezialisiert bin, dass die ein einfacheres, leichteres, fröhlicheres Berufsleben führen. Dann verbringen wir eine Menge Zeit drin und das soll ein bisschen Freude wenigstens machen, wenn man hingeht und nicht künstlich auch schwieriger gemacht werden, weil man vielleicht auf die eine oder andere Technik oder Werkzeug verzichtet oder es gar nicht kennt. Was ist denn deine innerste Überzeugung? Auch wenn andere sagen, das stimmt bestimmt nicht. Wo schwimmst du gegen den Strom sozusagen in deiner Meinung, in deiner Überzeugung? Na, ich glaube, dass wirklich, es gibt keine, abgesehen jetzt vielleicht von ein paar klinischen Psychopathen, gibt es keine Menschen, die nicht danach streben, die Welt besser zu machen. Jeder will die Welt besser machen, jeder will besser sein, als er gestern war. Das gehört zu den einfach Grundmotivationen, die jeder hat. Das passt jetzt vielleicht für viele nicht zusammen damit, dass beispielsweise der Krankenstand immer weiter steigt und man unterstellen könnte, das machen Leute mit Absicht, obwohl sie gar nicht wirklich krank sind. Das passt nicht zusammen mit, ich sage mal, vielen Bosheiten, die man vielleicht erfährt oder wo Leute sich Arme verschränkt zurücklehnen und sagen, da mache ich nicht mit. Aber dennoch denke ich am Ende, auch die, die sich jetzt da zurückziehen, wollen sich und die Welt ein Stück besser machen. Die haben vielleicht nur noch nicht den richtigen Weg gefunden, um das wirklich in die Tat umzusetzen und denken vielleicht, dass sie vorher noch ein paar Schulden zurückgezahlt bekommen müssten. Aber am Ende denke ich, alle wollen im Grunde ihres Herzens die Welt besser machen und sich selbst verbessern. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen? Hat es mal einen massiven Wendepunkt in deinem Leben gegeben oder eben gerade nicht? Und deswegen hast du diese Zuversicht auch an das Positive der Menschen? Nö. Also ich glaube, das war schon immer mein Gedanke. Da hat sich nicht viel verändert. Es gibt natürlich so Momente, wo man sich dann wahnsinnig ärgert über Einzelne, die da nicht so richtig reinpassen und wo man dann auch ein Stück weit sozusagen an der Welt zweifelt, ob das überhaupt alles gerecht und fair ist und auch ein Stück weit so in diese, sich davor schützen muss, selber in so eine Revanche-Modus zu gehen. Ja, also ich gebe dir mal gerne ein Beispiel. Ich hatte vor zwei Jahren jemand, der mich angesprochen hat, ein junger Kerl, der gerade eben sein Jurastudium geschmissen hat und der einen Vater hat, der bei mir mal im Seminar war und deswegen mich angesprochen hat, kann ich bei ihm Vertrieb lernen? Und ich habe dann erst mal ihn getestet, also habe ich in Probe arbeiten lassen und ihn dann gefragt, wie er sich denn vorstellt und er hat dann gesagt, er würde das gerne im Rahmen einer Ausbildung machen zum Kaufmann hat also bei uns dann einen Vertrag als Auszubildender geschlossen und hat dann aber relativ bald festgestellt, dass er mit Vertrieb überfordert ist, dass es nicht das richtige Anschein für ihn ist, was dazu geführt hat, dass er dann in dem ersten Lehrjahr bereits 140 Krankheitstage hatte und dann schließlich angeblich erkrankt ist, weil wir ihn so unter Burnout gesetzt haben im ersten Lehrjahr, obwohl er ja eigentlich gar nicht da war und es dann sogar noch geschafft hat, uns auf einen Schadenersatz in Höhe seines vierfachen Gehaltes zu verklagen, weil er ja angeblich missbraucht worden ist als Arbeitskraft statt ihn auszubilden. Und wenn man dann sowas, ich meine, war dann vor Gericht nur zum Teil erfolgreich, aber trotzdem kommt so jemand dann noch mit einer Abfindung durch und da entwickle ich dann so eine, da muss ich immer bei den Schatten springen, um mal zum Thema zurückzukommen, weil ich, der erste Impuls ist dann so und jetzt kein Lehrling mehr. Ja, also dieses jetzt, da sichere ich mich an der Stelle ab, aber das ist überhaupt nicht die richtige Verhaltensweise. Wahrscheinlich war das ja jetzt wirklich nur ein Einzelfall und auch wenn ich jetzt diesen starken Impuls spüre, mich da zu rächen und wie auch immer, ist es wahrscheinlich cleverer zu sagen, okay, das war halt jetzt sozusagen der Griff ins Klo, aber in Summe sind natürlich die Menschen, die was lernen wollen, eher positiv orientiert und wollen wirklich was lernen. Also hakt es ab mit allem Ärger, der damit verbunden war und überleg dir, wer als nächstes wieder als Azubi das Unternehmen kommen kann. Ja, das ist ganz interessant, dieses, ich will dann mit der ganzen Sache nie wieder was zu tun haben, man will das dann von sich schieben und schmeißt eine Gruppe als Gesamtmittragende in einen Topf, ist mir auch mal mit einer Auszubildenden passiert, die ich dann auch, nachdem sie erstmal aus einer anderen Ausbildung herausgeflogen war, hatte ich sie aufgenommen, ich habe immer solche Menschen gerne aufgenommen, die schon irgendwo anders gescheitert waren und sie ist dann aber auch bei mir gescheitert, ist auch was Arbeitsgericht gegangen und der Richter meinte dann zu mir, ja, aber das müssen wir doch dem armen Mädel wenigstens ein bisschen was Gutes tun, dann kriegt sie zwei Monats Gehälter Abfindung. Und ich wusste schon, ich komme da nicht durch, dass sich das ändert und habe dann so spontan gesagt, ja, aber nur in Raten. Und dann habe ich mich da gedacht, warum hast du das jetzt gemacht? Und dann dachte ich mir, das ist die Rache des kleinen Mannes in meinem Fall, in meiner kleinen Frau, die einfach gegen das System nicht ankommt und irgendwie das letzte Wort behalten möchte und habe dann auch über mich geschmunzelt und habe noch viele, viele sehr nette und sehr tolle Auszubildende bekommen später. Aber ich verstehe dich da, ich kann mich gut erinnern, dass ich da auch so empört war. Und daneben saß. Das ist das, was wir erleben und wo wir vielleicht auch später mal ein bisschen darüber lachen können, was uns aber immer wieder darauf hinweisen sollte und das sagst du ja gerade so schön. Lass das eine zu Ende gehen, verabschiede dich davon und geh es ganz frisch nochmal neu an. Jetzt ist es ja so, dass du als Trainer, als Redner sehr viele Ratschläge gibst, im positiven Sinne des Wortes und natürlich auch eine Menge Rat hörst. Entweder weil dir jemand erzählt, dass er diesen Rat bekommen hat oder weil du direkt daneben stehst, wie jemand den Rat bekommt oder vielleicht sogar selber schon bekommen hast. Was ist denn der schlechteste Rat, den du jemals bekommen hast oder gehört hast? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was ist daran so schlecht? Ja, das Schlechte daran ist, dass wir wissen, dass Vertrauenskultur ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist und eine Kontrollstruktur nicht so erfolgreich ist. Also das heißt, wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, die erste, die ich dazu kenne, ist aus den 80er Jahren von Rolf Bärt, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, das heißt Schlicht und Einfach Erfolg. Der hat verschiedene Erfolgskriterien gemessen. Also das heißt, er hat sich angeschaut, woran glauben Führungskräfte in Unternehmen und was setzen sie tatsächlich um und hat nur die Rezepte genommen, die auch tatsächlich im Unternehmensalltag gelebt werden und hat dann geprüft, wie erfolgreich sind die Unternehmen, die daran glauben im Vergleich zu denen, die das ablehnen. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Vertrauenskultur ein wesentlich besserer Erfolgsfaktor ist als Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das kann man messen und das hat der gemessen und deswegen sage ich heute, wir versuchen alles, was mit Kontrolle zu tun hat, im Unternehmen so weit wie möglich abzuschaffen. Also ja, natürlich muss man auch mal ein Ziel, das man vereinbart hat, nachher messen, aber zum Beispiel, wann jemand jetzt im Unternehmen ist und Arbeitszeiten und all solche Dinge, die werden nicht kontrolliert. Das ist ja erstmal eine sehr löbliche Idee, zweitens mal ein Kraftakt, nämlich Vertrauen zu haben, ist eine ganz, ganz große Tat, die ist, das ist nämlich locker gesagt, aber schwer getan, bin ich der Meinung. Also vor allen Dingen im Alltag, vor allen Dingen im Alltag eines Unternehmens, in einem Unternehmen. Ja, also es ist ein sehr, sehr großer Kraftakt, so ein Vertrauen zu haben, es fällt uns ja zum Teil extrem schwer loszulassen. Jetzt sagst du, du machst das in der Firma und es gibt ja einige Menschen, die auch dieser Philosophie folgen und sagen, Vertrauen ist sehr, sehr viel besser als Kontrolle und macht auch sehr viel Erfolg, du hast das gerade selber zitiert und dann wurde festgestellt, dass die Mitarbeiter sich dann nicht mehr haben Trauen in Urlaub zu gehen oder mehr gearbeitet haben als vorher. Hast du so etwas Ähnliches erlebt und wie bist du damit umgegangen? Also ich habe, den Effekt gibt es, ja, den habe ich jetzt auch noch mal nachgehört in der Lebensgeschichte von einem der Gründer, die Pixar gegründet haben. Da gibt es ein tolles Buch dazu, das heißt Creativity Inc. Und da hat er auch beschrieben, dass wenn man so ein riesiges Ziel vor Augen hat, wie so einen Film fertig machen, dass Menschen dann auch zum Teil zu Verfahrensweisen, zu Verhaltensweisen tendieren, vor denen man sie schützen muss. Also er hat da ein Beispiel beschrieben, wo vor lauter Stress ein Vater vergessen hat, das Kind in den Kindergarten zu bringen und das war dann im geparkten Auto auf dem Firmenparkplatz und da ist erst am Nachmittag draufgekommen, als seine Frau ihn gefragt hat, wer denn nun das Kind abholt vom Kindergarten? Also das war so ein Beispiel, das er zitiert hat, wo er sagt, man muss Menschen auch vor so einer tiefen Eintauchen, vor so einem Flow in der Arbeit schützen, ein Stück weit und sie einfach nach Hause schicken beziehungsweise in Urlaub schicken. Aber grundsätzlich ist es eben so ein Zustand, wie wir den kennen von Kindern, die spielen, also die so fokussiert sind auf das, was sie da tun, weil sie es gerade so cool finden und weil sie gerade so sehr davon begeistert sind, das möchte man ja auch. Also niemand käme auf die Idee, Kinder davor zu schützen, dass sie sich beim Spielen überarbeiten oder in Burnout kommen, aber natürlich muss man auch Kindern, die dann irgendwann vielleicht um kleine Kinder, die dann 10 oder 11 von abends immer noch weiterspielen wollen, auch irgendwann mal ins Bett bringen und sagen, spiel morgen weiter. Ja, das stimmt, diesen Flow zu haben und trotzdem diese Kontrolle, also den Flow zum Einerseits, das kenne ich ja auch, wenn man aus dem Flow auftaucht, dass man feststellt, dass man total hungrig oder durstig ist und auch dann merkt, dass man schon viele Stunden auch nichts mehr getrunken und gegessen hat, weil man so in diesem Flow der Arbeit war, was ja eine positive ist, dass diesem Spielen, das du gerade beschreibst, ja gleich kommt und die Balance zu haben und dass man halt nicht immer wieder abtaucht, da hast du vollkommen recht, jetzt, weil das bestimmt alle Zuhörer interessiert, ist das denn mit dem Baby wenigstens gut ausgegangen? Ja, ja, natürlich, ja, alles ist gut, niemand wurde verletzt. Gut, das ist, ja, ja, es ist schon schlimm genug, dass es vielleicht weinen und durstig im Auto saß, aber ich glaube, das würde jetzt jeden nach dem Hören des Podcasts beschäftigen, ob das gut ausgegangen ist, das sollten wir das Ende erzählen. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, was deutlich zeigt, wo es dann eine Phase erreicht ist, wo man sozusagen Hilfe braucht und die Freiheit dann vielleicht doch mit einer Regel nochmal ein bisschen unterstützt wird. Was war denn der beste Rat als Umkehrschluss jetzt, den du jemals bekommen hast oder vielleicht bei jemand anders gehört hast? Der beste Rat? Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also, es gibt viele Ratschläge, die gut sind, weil sie gerade zu deiner Situation passen und vielleicht der wichtigste Rat bezogen auf die letzten Jahre war, sich mit Podcasts zu beschäftigen von Bernd Gerob. Mein Podcast geht jetzt in Richtung 300. Ausgabe. Also, wir machen jetzt seit fast sechs Jahren machen wir Podcast. Krass, ja. Und ja, das war mein wichtigstes Marketinginstrument der letzten Jahre. Insofern könnte man sagen, der wichtigste Ratschlag, den ich in den letzten Jahren bekommen habe, war ganz klar, Podcasts zu machen und erfolgreich zu machen. Das ist mal so ein richtig praktischer Rat. Das ist sehr schön. Das ist eher ungewöhnlich. Ein sehr, sehr praktischer zu umsetzender Rat. Und du hast es ja auch voll. Du hast ein gewisses Alter erreicht. Das zeigt schon die ganzen vielen Dinge, die du geschafft hast. Also, da müssen schon ein paar Jährchen sozusagen dem Fluss hinuntergerauscht sein. Wenn du so selber zurückblickst, gab es denn mal einen Glaubenssatz oder eine Meinung in den letzten Jahren, die du geändert hast? Und wenn ja, welche? Gab es? Ja, gut. Also, ich weiß nicht, ob das so richtig ein Glaubenssatz war, aber, ja, vermutlich schon. Also, ich bin eher ein, man würde mich wahrscheinlich eher als blau-roter Typ einordnen. Also, jemand, der stark machtorientiert und sachorientiert denkt. Deshalb waren für mich die Fakten auch immer wichtiger als die Emotionen. Und ich würde sagen, inzwischen würde ich meine Haltung dahingehend korrigieren, dass ich sage, ohne Emotion ist ein Faktum nichts wert. Also, der Wert einer Sache entsteht erst durch die Emotion, die damit verbunden ist. Und deswegen denke ich da über viele Sachen anders nach, als ich vielleicht vor 15, 20 Jahren darüber nachgedacht hätte. Das ist sicherlich ein Kurswechsel. Ja, das heißt, die Emotion, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist jetzt altersgroßzügiger, wie heißt das, wenn man so altersmilder geworden. Oder du hast die Emotionen entdeckt. Eins von beiden, das lassen wir einfach mal in der Luft hängen. Vielleicht einen kurzen Satz zu Rot und Blau. Das heißt, Menschen, die sozusagen Blau strukturiert sind, das sind Menschen, die sehr Zahlen, Daten, Fakten interessiert sind, die sehr sachlich sind, die eben eher weniger Emotionen sehen. Und Menschen, die eben Rot strukturiert sind, das sind sehr begeisterungsfähige Menschen, Menschen, die gerne die Führung übernehmen, die gerne den Weg freimachen, ist ja so ein wunderbarer Satz aus dem Marketing. Und du bist eine Mischung davon, wenn du sagst, dass du Blau-Rot bist, nur damit alle ein bisschen ein Beispiel davon haben, was damit gemeint ist. Und es gibt noch eine dritte Variante, das ist Grün, das sind die Menschen, die stark auf Sympathie aufbauen, auf Freundlichkeit aufbauen, denen sehr wichtig ist, dass allen gut geht, die eben die Emotionen sehr zulassen. Wobei Rote ja auch Emotionen sehr zulassen, nämlich die Emotion der Begeisterung, der Tatkraft und die Grünen eben, ja, des Anderen muss es gut gehen. Da wird man so ein kleines Bild davon haben. Und das ist schön, wenn sich dann da so ein bisschen was verändert, weil man sagt nämlich, eigentlich im Alter wird man eher immer sachlicher, aber du sagst, du wirst emotionaler, das finde ich schön. Und das zeigt dir ja die Welt nochmal in anderen Farben, im wahrsten Sinne des Wortes. Stell dir doch mal vor, ich bin deine Fee. Das ist also ein besonderer Teil unseres Podcasts und als Fee kann ich alles möglich machen und das Erste, was ich für dich möglich mache, ist, dass du jemanden zum Essen einladen kannst. Es gibt also keine Grenzen, keine Hindernisse. Es kann auch jemand sein, der in einer anderen Welt wandelt, der vielleicht gar nicht mehr hier so im Irdischen ist, aber ich mache es möglich, dass du die Person zum Essen einladen kannst. Wen würdest du einladen und weshalb? Also ich würde auf jeden Fall gerne mal in Ruhe mit Albert Einstein reden. Okay, schönes Bild. Aus verschiedenen Gründen. Also erstens halte ich ihn für einen unglaublichen Denker und ich würde gerne mal mit jemandem reden, der so tiefgründig ist. Zum anderen war er jemand, der sich engagiert hat und der verschiedene Dinge zum Ausdruck bringen konnte, also sich an der Welt beteiligt hat. Und ja, das würde mich wahnsinnig interessieren, mal mit so einem Menschen längere Zeit zu reden. Gut, ich streng mich an. Ja, heute Abend, wenn du schlafen gehst und schläfst, dann schwebe ich so über dir als Fee und verstreue ein goldenes Pülferchen und du hast dann die Möglichkeit, durch mein goldenes Pülferchen morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder einer neuen Fähigkeit aufzuwachen. Was hättest du gerne? Was hätte ich gerne? Ich glaube, ich würde gerne wesentlich besser, als ich das heute kann, würde ich gerne Musik machen können. Also ich würde gerne ein Instrument wirklich beherrschen. Da fehlt mir im Moment die Prioritätenvergabe dafür, wirklich viel zu üben. Ich bin kein guter, also ich bin nicht gut darin, Dinge immer wieder zu machen. Ich mache immer gerne Dinge neu und deswegen bin ich einfach zu faul oder habe zu wenig Antrieb, ein Instrument wirklich zu beherrschen. Und das hätte ich gerne. Das wäre so ein Geschenk, das ich gerne mitnehmen würde. Gut. Das heißt aber, dass du schon eins spielst. Was spielst du denn so privat und für dich ganz persönlich? Saxophon. Saxophon. Oh, das klingt ja sehr gut. Ah, das klingt ja sehr, sehr gut. Okay. Ja gut, also ich schaue mal, dass ich da das passende Pülferchen für dich finde. Und dann kannst du dann ab morgen perfekt Saxophon spielen. Ich werde es ausprobieren. Ja, Feen geben ja immer drei Wünsche, auch wenn du nicht so ganz die freie Wahl hattest, aber es steht dir natürlich ein dritter Wunsch zu. Und diesmal bekommst du von mir eine Reise und diese Reise ist zu deinem jüngeren Ich. Was würdest du deinem jüngeren Ich aus deiner heutigen Erfahrung, aus deiner heutigen Perspektive gerne raten oder mitgeben? Entspann dich, alles wird gut. Okay, sehr schön. Kurz, knapp und deutlich. Ja, das ist das, glaube ich, was wir in jungen Jahren oft hatten, dieses, ach, was ich noch alles tun muss, ist die Hektik, dass man nicht alles schafft und dabei kriegt man alles hin irgendwie. Ja, dann sind wir schon praktisch am Schluss unseres Podcastes. Es gibt immer so eine Abschlussfrage nochmal. Und zwar, was ist denn dein Rat aus deinem Leben, aus deiner Erfahrung für unsere Podcast-Hörer? Was möchtest du ihnen zum Schluss auf den Weg mitgeben, wenn möglich, in einem Satz? Ich mache daraus jetzt mal zwei Sätze, einen beruflichen und einen privaten Satz. Beruflich finde ich es höchst interessant, wenn man sich vornimmt, egal welchen Job man hat, dass man jeden Menschen, den man antrifft, in einem besseren Zustand zurücklässt, als man ihn vorgefunden hat. Das kann jetzt eine bessere Laune sein, weil man einen Witz gemacht hat. Das kann echte Hilfe sein, weil man jemanden weitergebracht hat. Das bezieht sich auf Kollegen, auf Kunden, auf Chefs, auf jeden beruflichen Kontakt. Wenn man sich grundsätzlich vornimmt, egal wie, jeden in einem besseren Zustand zu hinterlassen, dann ist das, finde ich, eine Idee, die man im Beruf wunderbar verwenden kann, um ein besserer Mensch zu werden. Im Privaten würde ich noch eine andere Perspektive mit reinnehmen, nämlich, jeder hat die Laune, die er sich verdient hat. Und man kann jederzeit, wenn man möchte, und man spürt gerade, dass man schlechte Laune kriegt, dass man sauer wird, dass man wütend wird, dass man sich über irgendwas ärgert, dass man sich benachteiligt fühlt, wie auch immer. Nochmal dieses Gefühl sozusagen beleuchten und überlegen, brauche ich das jetzt wirklich? Nehme ich das mit? Oder entscheide ich mich doch für was Positives und mache was ganz anderes, nämlich mache was, was jetzt vielleicht gar nicht zu meiner Laune passt, um mich wieder in die Richtung zu bringen, in der ich sein möchte. Also beruflich hinterlasse die Menschen im besseren Zustand, privat überprüfe deine Emotionsimpulse und überlege dir, ob du dem nachgeben willst oder ob du nicht lieber doch gute Laune hast. Ja, also mit guter Laune einen Podcast zu beenden oder ein Interview zu beenden, halte ich mal für eine sehr gute Idee. Und deswegen danke ich dir von Herzen. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast, für deine Erfahrungen, die du uns mitgeteilt hast. Ich freue mich auf unser nächstes persönliche Treffen und danke dir von Herzen. Sehr gerne, vielen Dank. Und Gabi, was hat dich letzte Woche überrascht? In meiner Timeline von Facebook sind in den letzten Wochen sehr viele Posts zum Thema Friday for Future. Oder, was tue ich für die Mutter Erde und die Zukunft, um die besser zu gestalten? Da war eine Menge zu lesen und einige dieser Posts haben mir einen etwas dicken Hals verursacht. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich direkt in die jeweilige Timeline des Schreibers, des Autors poste, bin aber dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir in meiner eigenen Timeline einmal dazu Stellung beziehe. Und zwar mache ich mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, dass es immer wieder Aufrufe gibt, zu erzählen, was man schon alles tut, um Mutter Erde zu retten. Ganz besonders Frauen schreiben dann ganze Listen von Verzichtserklärungen. Männer neigen da eher dazu, dem einen oder anderen Poster mit den falschen Informationen, falschen Sprüchen, falschen Bildern verbal eins aufs Näschen zu geben. Denn das sind ja alles vermeintliche Mutter Erde Vernichter. Einmal zu den Frauen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, so hieß einmal der Spruch unserer männlichen Artgenossen. Wir müssen das jetzt nicht mit Mein-Nie-Kaffee-to-go, Mein-Nie-mehr-fliegen, Mein-Kein-Fleisch-mehr-essen-toppen. Diese drei Beispiele könnt ihr übrigens mit beliebigen Beispielen austauschen. Frauen fangen seit einiger Zeit an, immer wieder den Zeigefinger zu heben. Und andere Frauen fangen an, sich zu schämen und sich nicht mehr wohl zu fühlen und das Gefühl haben, falsch zu sein. Und eine dritte Gruppe rechtfertigt sich mit so Äußerungen wie, mein Leben wurde mir gerade wieder geschenkt, ich lebe jetzt, also deswegen nehme ich auf gar nichts Rücksicht. Ich würde erst mal sagen, Gott sei Dank, dass die Person erstens mal ihr Leben wieder geschenkt worden ist. Meistens geht es um Krankheiten, die man überstanden hat oder andere schlimme Dinge. Und dass man jetzt erst einmal das Gefühl hat zu leben. Und mich erinnert das Ganze, dieser ganze Prozess, dieses Ganze mit dem Zeigefinger auf jemanden zu zeigen und gleichzeitig zu zeigen, wie toll und wie groß und wie schön man doch ist, erinnert mich ein bisschen an die Zeit, als mir viele Frauen erklärt haben, welche Rabenmutter ich doch war, weil ich alleinerziehend Vollzeit berufstätig war. Und ich frage mich immer wieder, warum müssen wir Frauen uns untereinander so fertig machen? Ich oute mich jetzt. Nein, ich werde meine Kapselmaschine nicht entsorgen. Ich bin ziemlich froh, dass das Ding erfunden wurde und diese Kapseln, die anstehen, kann man a. in Österreich zum Recycling zurückgeben, aber ich habe mindestens zwei Freundinnen, die wiederum zwei Freundinnen haben, die daraus Schmuck machen und meine Kapseln sind sehr begehrt, da sie meistens recht vielfältig sind, recht bunt sind und daraus Schmuck gemacht werden kann und Geld verdient werden kann. Ich werde auch nicht auf meine Flugreisen verzichten. Ich bin als Rednerin und als Trainerin sehr, sehr viel unterwegs und es wäre sehr quälend für mich, wenn ich das alles mit der Bahn machen müsste, was auch ein bisschen am Verhalten der Bahn im Augenblick liegt. Und das Ganze nur, um den Beifall von anderen Frauen zu erhalten. Da ist mir dann meine Gesundheit und dass ich dann auch immer wieder mal Zeit habe zu entspannen, doch wichtiger. Und es ist keine Entspannung in einem total überfüllten Zug nach zwei Tagen Trainings, in denen man überwiegend steht, dann auf dem Boden zu sitzen, weil man echt nicht mehr stehen kann, um dann vier Stunden auf die Artbahn zu fahren, wie mir das in letzter Zeit oft passiert ist. Und ja, ich kaufe Fleisch beim Biobauern auf dem Markt. Dafür danke ich aber dem Universum tausendmal am Tag, dass ich mir das heute leisten kann. Früher war ich froh, dass ich mit meinen Kindern Fleisch vom Discounter kaufen konnte, was zum einen deutlich zeigt, dass ich weiterhin Fleisch esse. Einige regelmäßige Hörer wissen, dass ich zurzeit Keto teste, was viel mit Fettessen zu tun hat und damit auch viel mit tierischen Fetten. Und wir können nicht über andere Menschen urteilen, die das eben nicht tun, weil vielleicht gibt es einfach Möglichkeiten, sich das nicht leisten zu können. Und dann zu behaupten, dann soll man lieber auf Fleisch verzichten, finde ich schon enorm anmaßend. Ja, und ich gönne auch jedem Mann einen Oldtimer. Egal, ob er jetzt Bauer ist, Förster ist oder auf dem Land lebt oder ob es ein SUV ist, den eine Frau fährt, die sich in einem großen SUV sicher fühlt, die darf ihn auch behalten. Und ob man deswegen in den Kindergarten direkt reinfahren will, muss jeder für sich entscheiden. Nur, ich halte das für ein ziemlich oberflächliches Vorurteil, weil nicht jede Frau, die ein SUV fährt, fährt damit in den Kindergarten direkt in den Versammlungsraum ihrer Kinder rein. Das mag schon mal vorgekommen sein, aber das ist nicht die Regel. Also wir wären da sehr stark in der Verallgemeinerung. Ich bin auch für Friday for Future, solange es nicht dazu herhalten muss, jedem Menschen sein eigenes Terrorismusbüro zu legitimieren. Da meine ich alle Hater, Zeigefingererheber und mir fehlen die Worte Menschen, die anderen Menschen das Leben schwer machen. Genauso wie unser Schattenspringer der Woche vertraue ich darauf, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, die Mutter Erde zu retten und besser zu machen. Und ob der Mensch sich dabei auch mal einen Kaffee-to-go gönnt, weil er an dem Morgen verschlafen hat und immer noch halb schläft, also gerade kurz bevor er in die S-Bahn springt, sich endlich den Kaffee am Stand holt, oder ob er regelmäßig seinen Müll trennt, oder ob er den Jutebeutel zum Einkaufen benutzt, mag er, sie oder es mit sich selber ausmachen. Denn mir steht da kein Urteil zu. Ich sehe nicht, weil jemand einen Kaffee-to-go-Becher in der Hand hat den Rest seines Lebens und was er dafür für Mutter Erde tut oder nicht tut. Ich sehe nur im Moment einen minimal kleinen Ausschnitt. Ich bin auch für Friday for Future, weil es global auf etwas aufmerksam macht, was wir da global lösen müssen. Wer gerade das neue Buch von Shasha Logo hört oder liest, ich bin gerade mittendrin, eigentlich schon fast fertig, der weiß, da gibt es noch eine Menge zu tun. Fakten-Schockt heißt das Ganze und es ist zum Teil extrem deprimierend. Also meine Empfehlung ist, Fakten-Check und Factfulness, dieses Buch habe ich schon mal im Podcast vorgestellt, abwechselnd zu reden. Faktfulness erzählt vor allen Dingen die negativen Ergebnisse. Factfulness erzählt auch positive Fortschritte, die wir schon gemacht haben. Also ein Kapitel Shasha Logo und ein Kapitel Factfulness. Dann hält man das Buch nämlich am besten aus. Wie gesagt, dass wir dieses Problem der Mutter Erde retten, global lösen müssen, zeigt deutlich all die Zahlen und Fakten, die es heute gibt. Und dass wir mit Friday for Future ein wenig Politiker aufschrecken, ist für mich vollkommen okay. Was uns ganz bewusst sein muss, ist, wenn es neue Gesetze gibt, die dadurch entstehen, müssen wir Bürger sie auch leben. Also sollte jeder darüber nachdenken, was er will oder was er nicht will. Und vielleicht wäre es auch ganz wichtig, dass wir im Bereich Klimaschutz vielleicht endlich lernen, grenzenlos zu denken. Und wenn das passiert, dann rechtfertigt das meiner Meinung nach auch Friday for Future. Und vielleicht weitet es sich dann auf ein sogenanntes echtes Europa aus, das wir heute noch nicht so haben, wie ich mir das vorstelle, also grenzenlos. Und später vielleicht sogar mal auf die ganze Welt, aber so weit wollen wir mal gar nicht vorwärtsdenken. Ich möchte mir keine Sorgen mehr machen, dass eine oder einer von uns die Verantwortung trägt, dass eine Frau zu Hause sitzt und weint, weil es ihr nicht gelingt, sich zu kasteien, wie es in ihrer Timeline erwartet wird. Das ist nicht fair. Und ich möchte nicht, dass sich ein Mann nicht traut, mit seinem Oldtimer auszufahren, weil er Angst haben muss, dass er mit Steinen beworfen wird, denn das ist Terror. Und außerdem beurteilen wir hier, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, den kleinen Ausschnitt eines Menschens und wissen nicht, was er in seiner ganzen Art für Mutter Erde tut. Ich möchte nicht, dass wir, zumindest in Europa, die wir es geschafft haben, den Krieg auszumerzen, dass wir diesen Krieg zwischen Land gegen Land, dass wir aus unserem Leben verbannt haben, jetzt mit Mensch gegen Mensch anfangen. Ich glaube nicht, dass das das ist, für was unsere Großeltern, unsere Eltern und wahrscheinlich auch viele von euch Tag für Tag kämpfen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir leben und leben lassen. Und genauso wie mein Schattenspringer Stefan Heinrich sagt, habt etwas mehr Vertrauen. Die meisten Menschen sind vernünftig und wer jetzt meint, das stimmt nicht, ansonsten wäre die Mutter Erde nicht da, wo sie heute ist. Nun, in vielen Bereichen sind wir sehr viel schlauer und zwar hinterher, als wir das damals waren, als vielleicht das eine oder andere erfunden wurde. Und ja, es gibt tagtäglich viel zu lernen, wie wir es besser machen können. Und ja, jeder von uns hat die Möglichkeit, seine Welt ein Stückchen besser zu machen. Aber lasst uns das bitte gemeinsam, freiwillig lernen und tun. Denn das ist meiner Meinung nach für mich die wirkliche Nachhaltigkeit, die wir alle brauchen. Ich wünsche dir eine Woche mit Zeit für dich und deine Familie. Ich wünsche dir, dass du geschätzt und geliebt wirst für das, was du tust. Und ich wünsche dir, dass du den guten und schönen Dingen in dieser Woche deine Aufmerksamkeit schenkst. Spring über deinen Schatten, lebe dein Leben, denn du weißt, du hast nur das eine. Viel Erfolg! Stacy hatte einen 月, Du hast nur das eine. ich k kindergarten, du hast nur das eine. Und du hast nur dasahulating, du hast nur das tovertretcze. zu keinen Du gauge. Neuer ahí θα